Warum liebt sie und hat sie in ihr Herz geschlossen vom ersten Tag an? Sie wollten gar nicht Sänger werden. Eigentlich war es ein bisschen von einem Zufall, aber ich bin ganz glücklich, dass ich hierher gelandet bin. Es ist eine ganz große Freude, hierher dabei zu sein. Wie ist der Zufall passiert? Wegen meinem Freund, der am Konservatorium studiert hat und der mich motiviert hat, damit ich das probiere. Barbara Frito, die hat ihre Tochter mitgenommen. Ich freue mich sehr. Arianna, Sie leben in Monte Carlo. Arianna, wie alt ist Arianna? Ich bin 15 Jahre alt und ich bin von Monte Carlo. Sie ist 15 Jahre alt. Sie lebt in Monte Carlo. Gibt es die Ball? Natürlich, es ist schön. Es ist meine erste Mal, aber ich bin wirklich glücklich. Sie sagt, sie ist das erste Mal auf einem Ball und sie genießt es. Signora Frito, in der meisten Operat, die Frauen-Charakteren sterben am Ende. So, tonight, no drama, just fun for you. In den meisten Opern sterben die Frauen ja am Ende. Meine Frage ist, ob sie es heute einmal genießen kann, weil sie einfach kein Drama erleben muss. Well, I'm very happy that this time here, especially in the Stadtsoper, I will sing Così van Tute and I will not die. So, at the end I will be on my feet, which is a change, but it's a very nice thing. Barbara Frito, die singt jetzt hier im Februar, März, Così van Tute. Sie singt Così van Tute jetzt hier im März und Februar und sie sagt, es ist herrlich, weil sie eine Rolle ist, in der sie nicht sterben muss. Adam Blachetger, wie bekommt man diese Bühnenpräsenz? Sie gehen auf die Bühne, sie sind 27 Jahre alt und irgendwie rennt das Ganze. Weiß nicht, eigentlich ist es 26 immer noch, zwei Monate und ich weiß nicht, ich probiere einfach, ich nehme die Rolle an, immer zuerst schauspielerisch, ansehenderisch, also hoffentlich klappt das und kann man davon spüren. Und da können Sie wahrscheinlich von großen Kollegen und Kolleginnen wie Barbara Frito, die viel lernen. I always am amazed about your stage presence. Ich bedanke mich sehr herzlich, thank you very much, herzlichen Dank Adam Blachetger und genießen Sie den Abend, thank you.